Ja hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich soll auf den fünften Teil von Mad Mario 5 reagieren. Mir wurde eine bessere Übersetzung zugeschickt und ich bin mega gespannt. Entschuldigung, dass ich jetzt schon lachen muss, weil ihr wisst ja was kommt. Wir sind ja im Geisterhaus, im Geisterschloss und ich bin mega gespannt auf das Video. Okay wir gucken jetzt mal rein. OAAAH WAS EIN BACHIESENER CARTOON! Nein, der macht auch garnix. Bogi, 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 GIG DICH! EY, HALS MAUT, OKAY! Boah, ich würde einfach mit einer Fliegenklatte beng machen, ey, dass die Geister verschwinden. Bing, beng. Oh Mann, ist das wahrscheinlich. Das verstand das, ihr Sperbien-Imitate, mich endlich in Ruhe. Verfickter Arschklaut. Oh, ja, Mann. Lauf unter mir durch, damit ich dich mit meinen Pimmeln... Was? Das sind Pimmeln? Ich dachte, das seien deine Stacheln! Oh, nein, das sind Schwänze. Ich finde das so geil, was er hier für... Die Augenbewegung dabei, wenn er hochgeht. Seien deine Stacheln! Oh, nein, das sind Schwänze. Hey! Wieso geht ihr nicht sterben, ihr weißen Wichser? Oh, ihr... Das fühlt sich wie der Himmel. Ah, verpiss dich, du scheiß Schwuchtel! Oh, ich bin ein schmutziges kleines Widerwürstchen. Ich hasse diese schwule Sche... Das ist ein schmutziges kleines Widerwürstchen. Oh, scheiß. Oh, Mann, Mann. Oh, du bist so bescheuert, ey. Oh, geil. Oh, nee. Es wäre einfach mal so geil, wenn Mario wirklich so wäre, ne? Wenn er so original wäre. Stell dir mal vor, ihr lauft da so... Ihr lauft da so vorbei, ihr spielt gerade das Land und da kommt der Stein so runter. Es wäre halt so geil, ey. Oh, schön, ey. Oh, ich hoffe, irgendjemand programmiert das Spiel so. Irgendjemand macht so eine Mario-Mod. Das wäre halt so cool, ey. Schlosskacke! Alles hier ist bekloppt! Wieso verpissst ihr euch, wow? Vor allem, das ist... Das ist mir bei den Spielen damals gar nicht so aufgefallen, aber das hat er ja bei der anderen Mario-Reaction auch gesagt. Die machen ja immer die Augen zu, ne? Das ist mir nie aufgefallen, ne? Ihr seid doch verschissen nutzlos! Ihr könnt mich nur stalken! Und wenn ich mich umdrehe, verdeckt ihr eure Augen und tut zu eurer Zeit, ihr beschissen unsichtbar! Ihr seid nicht weiter als Schnappssinn! Jedermann Penis! Ihr solltet der Welt einen Gefallen tun und einfach elendig verracken! Nochmal! Hey, entschuldig! Okay, entschuldig! Oh, fuck je! Sich ab, du rektar fixierter Perversling! Ich will dein Pipi in meinem Ohr! Oh, ist das bescheuert! Oh, nee, ist das bescheuert! Warte, jetzt soll ich nur nochmal angucken, sorry! Warte mal, ja. Du vergewaltiger, behinderter Schlösser. Ich will deine Popo-Schokolade essen. Das Scheiße. Ich bin nur ein kleiner, geiler Weichtiller. Komm wieder her. Ramm deine Zähne in meine Erdnussbutter. Was rammt deine Zähne in meine Erdnussbutter? Oh, ist das bescheuert, ey. Oh, ist das bescheuert. Oh, ne. Oh, geil, ey. Ich wünschte mir so tolle, ne. Dass das Spiel halt wirklich so wäre. Ich würde die, die Stelle mit dem Stein würde ich die ganze Zeit spielen wollen. Ich glaube, ich würde so ein Let's Play zu Super Mario machen. Und ich würde allein nur die Stelle so 5000 Mal spielen. Es wäre übelst cool, ne, falls es mal irgendwann so eine Mod geben sollte. Wenn man so interagieren kann. Also wenn man den Dialog selber führen kann. Das wäre halt so geil. Wie bei Witcher, ne. Da kann man ja mit den Frauen dann irgendwann... Man kann ihn ja so weit bringen, dass man dann mit den Frauen dann, ne. Irgendwann so romantische Stunden hat. Und es wäre halt so geil. Oh, das wäre halt so witzig, ey. Oh, ne. Ich würde die Stelle dauerhaft spielen, ey. Ich würde die so oft spielen. Es wäre halt so geil. Oh, ne. Ja, ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen. Vielen, 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 vielen lieben Dank, dass du mir den Vorschlag geschickt hast. Vielen Dank. Es war wieder sehr unterhaltsam. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss. usz constat jazen. Nichts właści. Zit eher differenzieren. Vielen Dank.